so da ist er hoch immer diesen single track da fahren da kann ich mir da die schnauze voll schon sowas suche ich so ein geraffel hier frisst mein staub ok lass ich mal lieber jetzt das ruppelding runter fahren nicht mehr muss nicht, haben wir jetzt gemacht die hat es aber vor hier wo fährt die denn lang? ist noch nicht hinterher ja zu spät, scheiße die fahren dann nochmal runter so ok ok gleich jetzt hinterher komm das machen wir noch die haben uns ein bisschen mehr vor wo fahren die lang? da sind wir noch gar nicht lang gefahren ne? da kann man doch eben sitzen da muss man nicht hinstellen das macht das Moppet allein Papa setzt sich hin ja sicher noch nicht das war zulässig ja hier schon stehen ist schon heftig ne? guck mal die fetten steine hier ja die machen an der pause ja die machen an der pause wo fahren die lang? ja die fahren doch da runter ach komm egal ach der ist hinterher ne ich fahr so lang guck bist du runter gefahren? du bist aber auch einer ich fahr jetzt einfach hinterher oh guck mal die fahren jetzt richtig schön durch das Strupp hier das ist ja toll durch den Wald ey geil das ist ja toll das ist ja toll das ist ja toll ich markiere Oh, ha, 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 ha. Der ist bei der anderen Gruppe. Ja, das war auch ein bisschen zu heftig. Bist du auch noch hochgefahren oder wie? Hör mal, kannst du da hochfahren? Ich komme jetzt gerade wieder hoch. Ja, wir sind hier unten. Wo die ganzen anderen Leute sind. Ja, hier unten. Das ist mit zu hoch. Das ist mit zu hoch. Das ist mit zu hoch. Wo ist denn mit Chris? Hier unten. Zum großen Platz unten. Wo die Hütchen stehen. Ja, da unten. Hier kannst du den Berg hochfahren. Da, wo die anderen alle stehen. Ja, leichter als gedacht. Wo bist du denn? Ich bin hier den Berg hochgefahren. Auf dem großen Platz, Olaf. Wo wir mal unsere Übungen hatten. hier. Fährst du rechts. Fährst du rechts. Fährst du rechts. Fährst du rechts und dann den... Ja, den Stein da. Okay. Ach, da lang? Ach du Scheiße. Nee, das ist mit zu... zu... zu dünn. Und will er denn? Da durch? Nee, hab ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Da lang? Nee, durch das Gestrüpp hatte ich ja gerade. Okay, da. Den kann man noch mal machen. Ja komm, den machen wir noch mal. Machen wir noch mal. Der geht noch mal durchs Gemüse. Und wir sollen ausgefahren, oder was? Ja, ja. Lass ihn mal durchs Gemüse. Ich hab da... hab hier gerade Gemüse gehabt. Übrigens, das war gerade der Ginsterweg, wo seine Frau hergefahren ist. Hat sie mir gerade gesagt. Oder sollten wir ihm jetzt folgen? Oder was? Natürlich. Da will ich auch lang. Wollst du? Ja komm. Boah, da komm ich ja gar nicht durch. Ach, warte. Wenn der mit so einer dicken Geäßer durchkommt. Ja, aber ich hab die lange Kamera hier. Ach so. Also hier bleib ich sitzen. Ach du Scheiße. Wollst du doch noch mal da runter? Ja. Ja. Okay. Ja dann. Boah, voll der Felsbrocken hier. Ich merke, dass es gut jetzt ist. Ja. Komm, wir fahren zur Hütte. Ja. Fährt er wahrscheinlich jetzt sowieso. Hier nochmal lang. Boah, da komm ich gar nicht rum. Und jetzt runter. Hätte ich mit der BMW alles nicht gemacht. Ich schwöre ich dir. Hätte ich gesagt hier. Boah, da bin ich froh, dass ich mit der Dreckfelsen gefahren bin. Ja. Hätte ich nichts gemacht. Ist denn da sowieso schön? ja würde ich sagen reicht, tschüss Stöffelpark, war super geil hier ich denke mal dieses Jahr für 130 Euro eben mal verabschieden ja komm dann fahren wir noch mal hinterher ach wo wir drehen wir denn jetzt her? also den Weg noch mal rückwärts zum Abschluss hier, Singletracking so ich habe gerade eine Bindung aufgebaut zu meiner Transalp mein erstes Moped, mit dem ich in der Mitte war ja, hier musst du mich auch mal aufs Staub schlucken lassen, ne? ja, schon klar da nochmal lang, da bin ich fast aus dem Auge gelegt, da unten in der Kuhle Kuhle, ne? ja zu schnell durchfahren ach, da zelten welche und jetzt? fährt er jetzt lang der macht doch mal eure Sachen boah, alter alter hab ich das gewusst, ey aber er geht mit der Kupplung boah, ist die gutmütig ja, der vor mir ist ein bisschen langsam, da muss ich immer ein bisschen mit anbremsen ist die gutmütig ja, genau sowas suche ich ja, sowas hätte ich gestern mit der R18 so ein Weg oben im Osterbrücker Land, da geht das auch ganz gut muss man nur wissen, wo man her muss so, jetzt wird's aber heiß hier, die kleine ja, der ist auch schon ziemlich heiß in der Mitte ja, dein Thermometer zeigt auch ganz gut heiß an jetzt nochmal hoch, oder was? ja, die gleiche Strecke nochmal hoch anscheinend im Sitzen, oder? in der Kurve solltest du stehen jetzt kann sich wieder hinsetzen hohoho die umlitzenden Meter ach Sand hier, aufpassen fahr nicht durch den Sand ach du scheiße da bleib ich sitzen da bleib ich sitzen, da mach ich keine Experimente Opa, ride alone, ja du ride Giraffe ja? mir tropft der Schweiß ins Auge das brand so meine lieben, ich denke mal das war's ich hoffe es hat euch gefallen hier mit Olaf und mir mal was anderes mal was anderes als im Sauerland rumgurken oh, schick ja, dann würde ich sagen, ne Daumen gedrückt, Kommentar geschrieben und ja, bleibt heiter, munter gesund und vor allen Dingen oben, ne gerade im Gelände geht's ganz schnell ich mach jetzt schon mal zwei Daumen nach oben zwei Daumen da muss ich nicht trauen, ne das ist diese Hemmschwelle, die muss überwunden werden ne aber wie man gesehen hat das sind ganz normale Leute ohne Vorerfahrung und jeder hat es irgendwie mit Bravour gemeistert ne